Die polnische Künstlerin Aleksandra Toborowicz arbeitet sowohl im Bereich des Grafikdesigns wie auch der Muralart. Sie unterrichtet an der Akademie der Bildenden Künste Krakau Grafikdesign und hat auch ihren Doktortitel in diesem Fachbereich erworben. Ihre künstlerischen Wurzeln spiegeln sich in ihren sehr klaren, reduzierten Wandarbeiten wider. Für die Gestaltung des Gemeinschaftshauses hat sie das Motiv eines alten Grundigradios gewählt, das quasi als Weltempfänger zahlreiche Herkunfts- und Lieblingsorte von LangtasseranerInnen sichtbar macht. Dr. Aleksandra Toborowicz ist eine polnische Grafikdesign-Eherin, Wandmalerin und Malerin. Sie arbeitet als Assistenzprofessorin im Grafikdesignstudio der Jan Matejko Akademie der Bildenden Künste in Krakau, Polen. Im Jahr 2008 absolvierte sie die Abteilung für Grafikdesign an der Fakultät für Grafik. Promotion im Jahr 2015